eigentlich sollte halloween für angst und schrecken sorgen für die börse scheint es aktuell nicht zu gehen der dax zumindest mal hat sicher durch die widerstandsmarke naja es ist eine fallende trendlinie wir sehen dass hier oben rechts durchgemogelt so ein kleines bisschen zumindest schon mal und das ist eigentlich ein ja kein schlechtes zeichen denn das bedeutet dass die marktteilnehmer die mit sicherheit diese marke diese linie die so häufig thematisiert worden in der vergangenheit weil sie eben mehrmals sehr pünktlich angesteuert wurde dass viele da drauf gucken und dass die marktteilnehmer jetzt nicht sagen guck mal da ist eine linie ich nehme mal lieber gewinne mit ich gehe raus das ist ein gutes ein starkes zeichen das heißt es sieht danach aus als ob die marktteilnehmer dem markt noch mehr zutrauen alles andere als ängstlich sind nein im gegenteil vielleicht noch nicht so richtig neu kaufen das kann man jetzt nicht wirklich sagen wenn wir das uns mal hier angucken im tageschart das sieht noch relativ verhalten aus also so richtig der neue schwung der ist noch nicht da an neuem geld was jetzt der markt nach oben pusht aber kein angstverhalten was wir hier haben also das ist ein gutes zeichen und deutet darauf hin dass da noch platz für mehr ist also da ist noch eine menge potenzial das heißt nicht dass der kurs so langsam aber sicher mal wieder in eine kleinere pause fallen könnte und wenn es nur so etwas wie hier ist mal ein paar tage seitwärts oder leicht hängend das ist schon denkbar ob das jetzt im moment noch der fall ist das werden wir wohl abwarten müssen aber insgesamt ist das vorläufig gesehen zumindest mal ein eher positives bild wie würde dieses positive bild handelbar sein aus meiner sicht immer dann wenn wir eine pause hatten also ich gehe ungern am höchsten punkt und wir sind hier wenn man das hier im tageschart so ein bisschen mitverfolgt sind wir gerade am höchsten punkt beim index ist das 13.270 in etwa hier heute nachmittag das ist sicherlich aus meiner sicht zumindest mal kein guter einstieg natürlich wenn der kurs jetzt weiter klettert dann wäre das ein naja ich vermeide das wort guter einstieg denn das muss ich erklären guter einstieg heißt wenn ich auch die risikoseite gut absichern kann und an der höchsten stelle ist halt die stop weite am weitesten entfernt also das heißt nicht so sehr attraktiv also ich kann nicht sagen ob der kurs nicht direkt doch nach oben läuft das weiß ich nicht aber für mich ist es ein besserer einstieg wenn der kurs mal wieder eine korrektur das habe ich gar nicht im tageschart das könnte ich von mir aus im vier stunden schad zeigen irgendwie sowas dreiwelliges mal wieder macht irgendwie sowas in der art das muss auch nicht ganz so groß sein wie das ist kann auch sein dass der kurs erst noch höher klettert dann haben wir nämlich wieder ein ganz gutes zeichen a das ist die korrektive seite und es geht noch mal nach oben das geht natürlich auch in kürzerer sicht das gucken uns aber gleich beim amerikanischen markt an ich wäre dann nicht mehr glücklich wenn der kurs einmal steil nach unten geht das klingt jetzt zu simpel also wenn es runter geht bin ich unglücklich das hätte ich auch hingekriegt zu sagen ja das alleine runter zu gehen ist aber nicht mein thema denn ihr habt ja gesehen wenn er so runter geht bin ich nicht unglücklich nein im gegenteil bin ich sogar selbst wenn ich noch long wäre ist noch alles safe und wenn ich noch nicht long bin oder noch erweitern möchte hätte ich hier einstiegsmöglichkeiten geht der kurs aber so runter und wackelt dann nur noch nach oben dann bin ich extrem unglücklich denn typischerweise zeigt der kurs nach der starken bewegung vorne wenn so eine komische wackelpause ist also eine korrektive marktphase kommt dass er dann noch mal nach unten geht und das heißt ich habe irgendwo hier schon die vermutung oder spätestens dann wenn wir diese marke hier durchstoßen hier dieses zwischentief dann wieder das ist noch mal deutlich tiefer gehen kann weshalb ich dann die long seite nicht attraktiv für den gegenteil die short seite sogar aktiv handeln würde in so einem fall also das ist so dass der lackmus test den ich immer wieder wenn ich auf den markt blicke versuche da rauszufinden ob ich diese seite identifizieren kann welche seite die starke seite dort ist und welche die schwache im moment ist die aufwärtsseite noch die bessere aber so ein bisschen schwung geht raus ihr seht das dreht so ein bisschen ein also pause ich will es noch nicht herauf beschwören also ich würde jetzt noch auf keinen fall die short seite im moment fahren aber vielleicht haben wir die chance dass der kurs da mal ein bisschen in so einen pause modus verfällt irgendwie sowas das kann natürlich auch irgendwie so aussehen und immer daran denken diese zwischen hoch sind dann ganz gute einstiege für eine fortsetzung noch mal in trendrichtung und dass die nach oben ist glaube ich muss man niemanden großartig erklären aber was der daum macht und das finde ich im moment mega spannend denn der da hat nun auch endlich die zone die wir da ja mal angekündigt haben diese box da sind wir jetzt rein gelaufen die habe ich da so hingeklärt oben hier im tageschart seht ihr das wer jetzt ungefähr sehen will auf aktuellem niveau geht die los 32.770 und ungefähr und geht hoch bis 300 33.300 in etwa also das ist schon eine gewisse spannung das liegt eben daran dass das nicht ganz so genau ist hier diese diese hochs das passt nicht so genau deshalb ist das so eine zone aber wir sind jetzt ebenfalls ähnlich wie der dax in einem bereich wo die marktteilnehmer vor die ernsthafte frage gestellt werden wollt ihr wirklich dass der markt weiter steigt dann geht geld rein oder seid ihr froh über das was ihr jetzt gerade bekommen habt und jetzt ängstlich und geht ihr entsprechend raus wenn ich das im fünfminuten chart jetzt gerade sehe hier beim beim dao future ym ist das kürzel für den dow jones future analog dazu natürlich der verlauf bei cfds oder ähnlichen kontrakten dann sehen wir das hier dass die starke seite immer noch ist im fünfminuten chart und das ist ganz klar die schwache seite also wir haben sogar die chance die ernsthafte chance zwischen hochs noch mal für die long seite zu nutzen zum beispiel hier dieses hoch 32.000 ich will jetzt gar nicht so sehr für diesen eine mark hat das ist heute um viertel vor drei also quasi vor ein paar minuten war das hier gewesen das zwischen hoch 32.800 in etwa das wären möglicher einstieg hier für die long seite für die kurzfristigen zugegeben aber es wäre eben wackelige klar wackelige abwärtsseite was meint er mit wackelig immer wenn es mehrfach in diesen richtungswechsel gibt und dabei immer wieder kursüberschneidungen passieren das heißt diese gegenbewegung immer wieder überlappen das haben wir hier also es ist absolut noch kein ende der aufwärtsbewegung ernsthaft zu erkennen natürlich ganz klar der kurs kann ich das müssen wir verstehen lernen der kann natürlich jederzeit nach unten gehen wenn jetzt hier irgendwie ein schlimmes ereignis ist sonst irgendwie was und der markt kippt nach unten weg das ist ja nicht ausgeschlossen aber das fällt sofort auf sobald der markt eben aus diesem muster irgendwie mit dynamik in diese richtung ausbricht sagt man sich moment mal das passt jetzt hier aber nicht mehr und spätestens wenn man dann aber nur noch schwach nach oben geht also quasi hier ging schwach nach unten aber schwach nach oben geht dann wüsste man vorsichtig da geht auf jeden fall noch was weiteres nach unten also das wäre der wechsel auf die short seite aktuell ist das aber nicht zu sehen ist kein angebot also eine möglichkeit was passiert aber man erkennt es hier aktuell noch nicht im moment scheint die aufwärtsrichtung stark zu sein wackelig runter ist für mich immer wieder eine schöne gelegenheit um nochmal auf die long seite mit aufzuspringen wir haben auch in dieser range noch platz 33.300 habe ich eben genannt locker also da sind noch 600 punkte nach oben zur not oder 500 möglich ohne dass wir diese zone da verlassen und dann gilt das gleiche wie für den dax in dieser zone muss jetzt dann entschieden werden wollt ihr oder wollt ihr nicht vielleicht können wir ganz kurz im hinterkopf behalten so ziemlich alle institutionelle mit denen ich in kontakt stehe das ist nicht zwingend repräsentativ aber egal wo auf der welt ob das hier in japan bisher jetzt war ob das in europa war oder meine kontakte in amerika oder in anderen ländern alle bisher deuten an die zahlen deuten nicht auf steigende märkte sondern dass wir eine ernsthafte gefahr für abwärts haben das heißt die ganzen fundamental anhänger die ganzen großen player im markt sind im moment noch extrem vorsichtig weil sie sorge haben dass wir vielleicht noch in diesem jahr aber spätestens dann in 23 mit deutlichen rücksetzer noch zu rechnen haben weil die konjunkturzyklische situation einfach nicht gut aussieht ganz im gegenteil sehr 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 schlecht aussieht werden die jetzt einkaufen müssen wenn wir solche trendkanäle hier durchstoßen oder solche aufwärts trend also abwärts trendlinien auf der oberseite so muss ich sagen ein teil wird sicherlich sich die frage stellen müssen ja können wir es uns leisten nicht dabei zu sein wenn der markt hier nach oben geht und früher oder später dann doch geld mit rein bringt und wir dürfen eins nicht vergessen wenn wir das hier im wochen chart sehen der anstieg ist sehr stark gewesen und die abwärts seite im großen bild das hier ist im wochen chart das ging hier vom hoch aus aus januar das ist ein korrektives verlaufsmuster das heißt die abwärts seite sieht nach wie vor korrektiv aus ich würde mich also von der seite aus nicht mal wundern wenn der markt nochmal neues hoch hier ansteuert vielleicht gibt das jetzt die jahresendrelle die tatsächlich ja schon läuft seit oktober irgendwann hier seit diesen tiefs und der kurs das ganze hier nach oben noch mal raus nimmt so viele punkte sind das ja nun auch nicht denkbar wäre es allemal dass das ganze passiert was darüber hinausgeht werden wir dann tatsächlich sehen müssen und ob die marktteilnehmer dann sagen auch dann bleiben einfach mal drin und gucken uns mal die 40 und noch höher an 40.000 und noch höher das werden wir noch sehen müssen aber aktuell ist zumindest mal keine schwäche hier auszumachen vorsichtig nicht zu begeistert sein denkt immer dran kriegen wir eine starke bewegung runter und wackelig nach oben dann seid auch mutig genug notfalls die position mal zu schließen denn ich weiß dass viele institutionelle eigentlich mit dem finger über dem verkaufsknopf oder unter dem über den panik modus den finger auf dem knopf haben und eigentlich nur warten dass ihr den drücken denn da ist noch sehr viel ungemacht da der s&p hat noch eine menge platz nach oben also insofern ist da noch längst nichts negatives zu sehen für die intraday freunde unter euch eigentlich perfekt so eine erste hoch jetzt sind wir hier in der korrektur dritter hoch wieder eine korrektur das sieht nach der vierten welle aus eigentlich müsste sowieso noch mal eine fünfte kommen vorsichtig was die länger angeht da ist die orientierung eigentlich eher auf das was wir hier haben wenn das von dem aktuellen niveaus ist dann würde ich mal sagen ungefähr das ist jetzt wirklich nicht gemessen das ist nur so eine ganz grobe orientierung damit man weiß von was reden wir denn überhaupt 39.000 37 oder 40 irgendwie sowas in der richtung kann auch ein bisschen mehr sein wäre dann eine ganz typische eine normale ausdehnung für jetzt so ein verlaufsmus das kann deutlich mehr sein im himmelswellen die gesamte char technik bitte niemals verstehen genau so kommt das das ist immer so sondern es ist eher so typischerweise ist es so mit was müssen wir rechnen ja also so in etwa wäre das ziemlich normal also ihr seht schon das klingt alles sehr zögerlich aber es ist ja keine garantie dass es so passiert aber wir müssen uns ja an irgendwas orientieren und da guckt man halt was sind typische verlaufsformen für typische verlaufsmuster und dann kann man in etwa sagen okay mit was kann man so in etwa rechnen und wie müsste die bewegung aussehen also das müsste dann eigentlich wieder stark sein je schwächer diese bewegung ist desto kürzer also nehmen wir mal das käme so wackelig und desto eher die andeutung dass danach die nächste korrektur kommt wenn es wackelig runter kommt naja das werden wir dann wahrscheinlich morgen besprechen dann kann später noch mal nach oben gehen aber das ist jetzt noch im moment so früh ihr seht das ist im prinzip immer dieses hin und herhangeln zwischen schub und korrektur aktuell aber um es nochmal zusammenzufassen 1 2 3 4 und die 5 fände ich das natürlichste bild zwischen hochs hier als trigger benutzen für die longseite wer noch kleiner gucken will der kann natürlich hier im kleinen noch mal schauen aber ich sag mal diese marken seht ihr im chart ohne weiteres also das sind einfach diese zwischenmarken ihr könnt sie hier auch ablesen ich will sie euch auch gerne für den future sagen 3895 circa ja in etwa aber ihr müsst daran denken dass jeder cfd anbieter event oder viele etwas abweichende preise haben deshalb oder wenn ihr knockout habt achtet da mal drauf aber schaut auf euren chart wo der kurs ist und dann könnt ihr das in etwa sehen wo die marken dann sind für den kontrakt den ihr handeln wollen so und dann muss ich zum abschluss noch mal was zum nastag ihr habt natürlich völlig recht ich habe mich am freitag war ich doch bei chemisusan und vielen lieben dank für die vielen tollen kommentare und und wünsche die mich dazu erreicht haben das freut mich natürlich sehr und ich habe einen fehler gemacht ich habe aus Versehen ich habe es natürlich nicht hingekriegt mir kam das noch als ich gesprochen habe habe ich irgendwie da ich musste ja übersetzen chemisusan hat es auf englisch gesagt und zwar hat er von trillion gesprochen trillion dollar beim amazon und ich habe glaube ich billiarde gesagt ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern aber irgendjemand hatte das geschrieben und ich kann mich aber noch daran erinnern dass ich irgendwie das ist ja viel zu viel das passt nicht aber ich kam nicht drauf dass ich völlig falsche dimensionen hatte es ist natürlich ein kleiner unterschied ob billiarde oder billionen aber ich denke die meisten von euch denen ist es aufgefallen und ich sage mal so super relevant ist es wahrscheinlich für die meisten auch nicht es ist auf jeden fall ein nennenswert großer betrag der da im risiko stand und sicherlich negativen einfluss auch auf den tech markt also auf den nasdaq hier eben entsprechend hat insgesamt allerdings nicht groß genug um das bild hier zu verfremden ihr seht das bild ist hier was das angeht sehr sehr ähnlich wie das beim nasdaq beim tschuldigung beim s&p was wir eben hatten also gute voraussetzung dass wir noch weiter hoch kommen und ich sag mal die fallende trendlinie die liegt aktuell bei elf sagen wir bei zwölftausend so in etwa die nimmt natürlich jeden tag ein bisschen ab aber sollen die größenordnung also platz nach oben hätten wir ohne weiteres noch ich gebe aber zu bedenken dass das was hier ja ganz gut aussieht und hier im fünfminuten chart sowieso aber in der gesamtbewegung wenn wir uns dieses ding auflösen sehr korrektiv aussieht das ist eigentlich kein so gutes zeichen und spricht vielleicht sogar die sprache dass wenn wir diesen diese zone hier zwölftausend das würde sogar mit dem trendkanal ganz gut zusammenpassen anschließend sogar in diese richtung wundern würde es mich nicht trotz alledem darüber müssen wir vermutlich heute nicht unbedingt sprechen es sei denn er fängt nicht an hier oben zu triggern auch hier seid nicht zu voreilig dass ihr sagt das bild gefällt mir super was er gemalt hat dann kaufe ich doch jetzt schon ich warte nicht auf den trigger warum es sich lohnt auf den trigger zu warten werdet ihr erfahren wenn der kurs heute abend so aussah kann das passieren klar deshalb ist das so wichtig dass man diesen auslöser diesen trigger das ist eine zusätzliche bestätigung wenn er den nicht reißt brauche ich nicht lang zu sein verpasst sicherlich ein klein bisschen was bis dahin aber ich habe die große chance solche bewegungen zu verpassen und die sind in der regel nicht attraktiv denn sie sind teuer so ich hoffe dass es für euch nicht teuer wird an den märkten ich drücke euch die daumen dass ihr die richtigen entscheidungen fällt und freue mich wenn wir uns bald wieder hören bis dahin macht's gut liebe grüße bis bald